Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Darksiders. So, machen wir mal weiter wo wir aufgehört hatten. Bam. Ich habe auch mal die Musik mal ein bisschen leiser gemacht. Heiheihei. Okay, ich glaube ich brauche jetzt doch erst Drive. Aua. Guck mir das sowas nicht an mir. Bombenschmeißer, du. Na, hole ich mir mal kurz Hilfe. Und nebenbei noch das mysteriöse Objekt. Wow. Diese Bomben sind böse. Bleib mehr fern. So, und dich finisher ich. Okay. Finish. Ja, Felserhund. Sehe ich genauso. Wow, 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 wow. Okay, das zwischendrin nachladen. Ist schon nicht leicht. Aber wir kriegen hier eigentlich gut Seelen. Ja, ich hätte deutlich mehr Zorn benutzen können. Gut, wir sind auch wieder voll geworden. Schauen wir mal, was haben wir hier schönes. Ladungsschuss. Feuer hat eine Durchschlagskugel ab. Kann bis zu dreimal für mehr Schusskraft und größere aufgeladen werden. Super-Serie. Feuert sofort voll aufgeladene Schüsse ab. Passiv. Erhöht dauerhaft die Angriffskraft für jeden erlangten Munitionstrieb. Okay. Strife Munition Ladungsschuss. Ladungsschuss ausrüsten. Haltet Tapp um die Munitionswahl. Okay. Eins und zwei. Aha. Ladungsfeuern wenn zugewiesen. Okay. Ist super-Serie aktiv. Sind abgefeuerte Ladungsschüsse immer voll aufgeladen. Das heißt... Das ist jetzt meine zwei. Ah. Ey, das ist doch mal mega cool. Das heißt... Schöne Schrotflinte. Gehen wir erstmal hier langsam rüber über die Haken. Das heißt, so habe ich unbegrenzt Munition. Oh. Ja, das will ich doch gerne haben. Ah, hat nicht ganz geklappt. Jetzt. Ich wollte hier nicht wieder... Ich wollte... Ich wieder hoch. Lass mich runter. Ich muss mich unten nochmal auch kurz umgucken. Na, da ist noch eine Fernmahn-Münze. Ich habe keine Ahnung, was man mit den Dingern machen kann. So. Ich glaube, wir laufen. Richtig. Was sind das immer für lila Schachtel, die ich hier einsammele? Ist das Munition oder... Was ist das? Okay. Na. Jetzt sei artig. Und eins. Zwei. Wie klappt das nicht? Ich komme nicht hoch genug. Okay. Das heißt, ich habe sowieso nur noch einen Weg. Weil ich es halt ein bisschen... Äh... Ah, so kann ich nur normal schießen. Samael weiß jedenfalls, wie man Eindruck schindelt. Was meinst du, was diese riesigen Lavatürme kosten? Solche hätte ich zu Hause auch gern. Nicht nur du. Frag doch den Fürsten des Schwarzen Steins. Ah. Okay. Jetzt kommen wir jetzt hier hin. Ah. Noch ein Katapult. Und dann können wir gleich mal die aufgeladenen Schüsse testen. Okay. Ganz cool. So, komm mal her hier. Zack. Na, willst du? Nein? Willst du nicht? Okay. Na, willst du? Hier. Voll aufgeladen. Okay, übertreib nicht. Haha. Achso, ist schon im Eimer. Moment. Ich mach mal... Ja, lass mich. Das ist unfair. So, du willst auch? Okay, die aufgeladenen Schüsse sind schon mal gar nicht mal so schlecht. Aber sonst haben wir hier... Ah. Da haben wir so einen Faulenzer. Nennen wir diese Faulenzer. Wo man jetzt auch schon die Dämonen züchtigen. Okay. Ich hab, glaub ich, nur noch zwei Schuss oder so. Nee. Das ist jetzt halt die Frage. Lädt sich das von alleine wieder auf oder nicht? So, komm mal her, hier. Also, Strive. Man gibt nicht einfach so... ...ein Dämonen eine Pistole in den Mund. Der hat doch auch Gefühle. So, wo bin ich? Hier. Da unten scheint ganz viel Action zu sein. Deswegen geh ich erst da unten. Richtig schön Bombs machen. So. Und tschüss. Bombs. Schade, hat nicht ganz geklappt, wie ich mir das erhofft hatte. So, dann geben wir die da hinten auch nochmal ein. Unten noch ein. So sieht doch schon mal schön aus. Hm. Was haben wir hier? Glaubst du, das ist Moloch? So stark ist er nicht, aber... ...es riecht nach ihm. Die Frage ist, warum? Die Hölle ist eine Schlangengrube. Brauchen Dämonenfürsten einen Grund, einander zu bekriegen? Glauben nicht, aber... ...da nimmt sich jemand viel vor. Sie werden auf dem Weg zu Samael für Unterhaltung sorgen. Ich hoffe, er hat was Interessantes zu erzählen. Sonst wird der Rat stinkig. Wenn wir nicht weitergehen, werden wir einen Leichnam befragen. Dieser Angriff ebbt nicht ab. Und seinetwegen beeilen? Wie lästig. Ja, ist so ein bisschen lästig. Oh, was haben wir hier? Was ist das? Ui. Eine Gesundheitskiste mit ganz vielen anderen Kisten. Ah, das sind also Muni-Kisten, die ich da einsammle. Oh, interessant. Na, hat richtig schön geschmeckt, wa? Na, schmeckt's? Nö, keine Lust zu fangen. Dann nehme ich lieber noch ein mysteriöses Objekt auf. Gut, jetzt fragte ich mich aber, auf der Karte... ...wurde das ja ein bisschen... ...angezeigt. Wo geht's denn jetzt hier runter? Darf doch mal. Oh. Gleich wieder ein mysteriöses Objekt. Okay. Es pulsiert voll Energie. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Hier, ein Weg über die Außenmauer. Schon wieder klettern. Schon mal an leichtere Ausrüstung gedacht. Ja, nö. Mehr Ausrüstung. Mehr Waffen. Mehr Zerstörung. Auch wenn man sich am Ende gar nicht mehr bewegen kann. Oh, Kiste. Das heißt, da hinten geht's weiter. Aber auf der anderen Seite müsste doch eigentlich auch nochmal was sein. Da war so ein Schlüsselsymbol. Ich will jetzt hier zu Anfang nicht zu viel verpassen. Naja, aber es ist dann schade. So, hier ging's wieder rauf. Da ist noch eine Fährmannmünze. Okay. Ja, das war ja jetzt... ...natürlich wieder ich-like. So, langsam rüber. Vorsicht. Was auch immer dieser Schlüssel da bedeutet. Entdeckt. Trick-Schlüssel. Ja. Gut. Keine Ahnung, was man damit machen kann. Ich hoffe, irgendwas cooles. Und hier haben wir noch einen Foul-Lancer gehabt. Mensch, immer diese Foul-Lancer. Schlimme Ding. So, das heißt, ich brauche eigentlich nicht jede Lila-Kiste aufsammeln. Ah, das reichen. Das sollte ich echt nochmal lernen. So, und jetzt können wir weiter. Nee, Schiff war das. So. Und alle Habs. So, dann werde ich mal mit Krieg kurz rüberjumpen. Ich weiß nicht. Mit sowas kriegt man doch mit Krieg doch immer besser hin. Und einmal rüberjumpen. Und einmal rüber her. Ein hoch. Keine Ahnung, was ich da jetzt gerade für freischalte. Ach, hier der in der Mitte. Okay. Oh, noch eine Kiste. Na, ihr Foul-Lancer. Ich darf doch mal. Und zack. Aber Kriegmann, das ist ja schon wieder richtig schön Laune. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt am liebsten spielen würde. So, Kiste haben wir auch nochmal. So geht das natürlich auch. Also Krieg macht gut. Wumms. So. Stopp. Du bist nichts. Ja, genau. Dein Urteil fällt. Und nächsten. Zack. So, möchte noch jemand. Ist auch nochmal gut was drin gewesen. Ah. Oh. Mal einen neuen. Ich glaube, den Kopf wirst du nicht mehr benutzen. Na, das ging doch ganz gut. Gut. Der sammelt auch meine Lebens... Ne, meine anderen Perlen ein. Ach. Hier ist ein Geisterangriff. Okay. Heißt, ich kann mir die Gegner zurecht ziehen. Das wäre ja nämlich für Krieg richtig schön. Ja, klar. Cool. Aua. Komm mal her, ja. Damit ich euch alle aufspießen kann. So, was haben wir jetzt hier? Betätige die Nebeltür, um voranzukommen. Du kannst danach nicht mehr zurück. Okay. Krieg ist jetzt ein bisschen angeschlagen. Gehen wir ins nächste Level als Stripe. Aua. Ich sehe doch hier nichts. So. Machen wir also dich weg. Und dich knallen wir doch einfach mal weg. So. Aber scheinbar sammeln wir sogar Seelen für den... Was im Teufels Namen? Ein Abgrundteufel zurück! Okay. Verdammt, ist der riesig. Wer kann so ein Ding kontrollieren? Voll auch ganz sicher nicht. Au, 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 au. Bleib wachsam. Ja, bleibe ich. Ich versuch's. Okay, meine Eins funktioniert nicht. So, erst mal ein paar aufgeladene Schüsse. Ja, genau. Sitz. Sitz. Oh, 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 oh. Verbrenn mir doch nicht den Burschi. Hör auf damit. Oh, oh, oh. Das hat mich sogar in der Luft getroffen. Okay. Okay. Ich glaub, ich wechsel mal kurz. Na, komm schon, Krieg. Jawoll, ja. Hoffentlich sind da nicht noch mehr. Wir haben schon genug Zeit verloren. Wir müssen endlich Samahel erreichen. Okay, und den anderen Rest hole ich mir jetzt mit Thrive ab. Was haben wir hier? Mysteriöses Objekt. Okay. In ihm pulsiert immer neue Energie. Frage, wohin? Ah, Fahrstuhl. Ja, immerhin den ersten Bosch schon mal gehabt. Aber das Gemütze geht gleich weiter. Schön erwischt. Okay, und Thrive wieder voll. Oder passt. Droppt sich hier sogar noch eine Zornpeile. Hallo? Haben wir hier vielleicht noch irgendwas? Ja, man müsste halt wissen, wo man ist, ne? Oder wer man ist. Ausrüstungsruhe soll hier vorne irgendwo sein. Aber wo sind wir jetzt gerade angekommen? Ist die andere Frage. So richtig erkennt, tue ich das jetzt nicht. Aber Ausrüstung klingt doch gut. Mal gucken. Dass mir das auf der Karte nicht wirklich angezeigt wird, das ärgert mich so richtig. Okay. Leerenquelle. Hier sind wir gar nicht. Wir sind hier oben. Scheinbar. Irgendwie. Keine Ahnung. Na gut, dann... Eine so protzige Tür kann nur zu unserem Samael führen. Schleichen war eine gute Idee. Wir sind nicht geschlichen. Wir haben uns strategisch genähert. Und unterwegs trotzdem viele getötet. Hm. Guter Punkt. Der Rat glaubt, du intrigierst mit Lucifer gegen die Menschheit. Gegen das Gleichgewicht. Streitest du es ab? Reiter. Solche Niederträchtigkeit ist unter meiner Würde. Ich gebe zu, eure Beschuldigung fasziniert mich. Leider werde ich gerade ein wenig belagert. Von Moloch? Wie konntest du ein Widerling wie ihn die Oberhand gewinnen lassen? Nichts für ungut. Ausgezeichnete Frage. Ich wage eine Vermutung. Ich sagte ja, dieser Tag würde kommen, Samael. Ich, Moloch, werde mir deinen Kopf holen. Und dein Reich. Geld. Findet meinen Partner in der Leere. Wir setzen unsere Unterregung fort, wenn ich Boloch die Schäden gesprengt habe. Wir setzen unsere Unterregung fort, wenn ich Boloch die Schäden gesprengt habe. Leeren Quelle. Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn. Ich würde sagen, machen wir was